Hey ho, hey ho, willkommen auf dem Klo. Ja, nein, ja, nein, das war ja in der letzten Folge, wo wir auf dem Klo waren. Hallöchen. Ja, genau. Toilettenpause ist nicht mehr, weil, wie man sieht, dieses Schiff hat keine Toilette. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so ein Schiff konstruiere, dann baue ich da doch eine Toilette rein. Ja, doch. Ja, nein, ich bin zwar in einer sehr modernen Zeit, aber ich habe noch nicht gelernt, durch Bodenblech zu scheißen. Tut mir leid. Also, ich brauche immer noch eine Toilette. Also, ein bisschen Luxus. Gut, vielleicht ist man so weit fortgeschritten, dass man einfach in den Tank reinscheißt und das Schiff das gleich als Treibstoff verbrennt. Wäre natürlich ökologisch sehr vorteilhaft. Ja, das nennt man auch Bio-Scheiß-Generator. Bio-Scheiß-Generator, ja, das ist sehr nett, ja. Ja, okay, komm, ab zum Planeten. Genau, ab zum Planeten. Äh, beam down. Teleport. What? Aha, ist eine schöne Position. Ich glaube, ich gehe erstmal hier unten rein. Ja, wäre vielleicht nicht so verkehrt. Yay, Pixels! Um uns habe ich angesammelt. Äh, die Frage ist... Ich glaube, da kommst du nicht hoch. Ne, so hoch kann ich nicht schwimmen. Lass mich mal runter. Ja, dauert ein bisschen, dauert ein bisschen, warte, da. Ah, schön. So, genau. Wo ist der Manipulator da? Äh, 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 ich will hoch, ich will hoch. Äh, 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 gehst du weg da? Das Problem ist, dass man gar nicht so hoch springen kann. Äh, 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 meine. Ja, nächster, meine, deine, teilen wir eh alles auf. Äh, äh, ich sehe gar nicht bei mir die Pixelanzeige. Haben die die weggemacht? Äh, im Inventar siehst du deine Pixel. Ah, weil die waren ja früher, waren die oben rechts? Ja, genau, das haben sie anscheinend, äh, rausgenommen. Ach, da unten links, ich denke. Ah, okay. Ah, guck mal, da ist direkt schon ein Kopfer. Ja, Papa ist schön. Also wie gesagt. Ich will nämlich diese Iliaden haben, damit wir uns nachher dann auch noch einen machen können. Ein Pantaki machen können, ja, genau. Ähm, also ich denke mal, das wird genauso laufen wie in... Oh, Alter, da geht ja hier tief runter. Es wird so laufen wie der alten Zeit und er springt schon mal irgendwo runter, genau. Ja, und ich habe keine Fackeln, das ist scheiße. Aber ich nehme mal ein Pantaki, äh, hier paar Iliaden mit hier. Aber du müsstest doch auch zehn Fackeln gekriegt haben. Äh, zehn Fackeln? Ja, also ich habe in der einen Kiste zehn Fackeln mit rausgeholt. Warte mal, da muss ich mal gucken. Inventar? Äh, Huf habe ich gekriegt. Ne, ich habe keine Fackeln. Nicht? Das ist ja unverzeihlich. Ja, also, da muss ich die Macher mal anschreiben, das geht so nicht. Nein, nein, nein. Ach, du hast ja eine Taschenstampe dabei, okay. Ich sehe da hinten schon das erste Monster. Und auf C kann man kräften, genau. Wir können eine Salbe sogar herstellen mit, äh, Plane Fiber. Das fängt schon wieder gut an. Ich habe schon wieder Schnauze gekriegt. Ja, das, äh, so muss das sein. Mitten in die Fresse rein. Oh ja. Warte mal, Inventar. Du hast ja auch eine Taschenstampe gekriegt. Wo ist denn meine? So, warte mal, was habe ich denn hier oben gekriegt? Das ist eine Salbe, Medi-Cal. For healing minor wounds. Restore 50 health over 10 seconds. Und die 50 health over 1 second. Okay, mit C können wir kraften. Was können wir denn da machen? Oh, wir können sogar Salbe machen. Ja, oh, new. Aus. Was wird hier denn hergestellt? Plant Fiber? Ja, genau. Das ist die, ähm, die neue Methode, sich, ja, zu heilen. Äh, und aus was macht man denn Bandagen? Oder kann man die nur noch finden? Äh, warte mal. Weil Bandage wäre doch die Vorgänger von, oh. Ja, das war ja von früher, genau. Die Bandage war ja von früher, genau. Ach, und der kraftet nicht mehr in einem Stück durch, sondern immer so taktweise. Ja, ja, sekundenweise. Ich denke mal, die haben das auch geändert. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Salben mit. Ja, ich habe auch ein bisschen. Ich hätte gerne ein Einhandschwert, dass ich die Taschenlampe in Verbindung mit der, mit dem Schwert nutzen kann. So, ich würde mal sagen, wir graben uns nicht unbedingt weiter runter, sondern gucken mal, dass wir vielleicht hier oben haben. Ja, wir gehen oben rum, genau. Äh, lass mich da hoch. Äh, ja, hier. Achso, ich habe Fressen in der Nacht. Es ist dunkel, Junge. Ja, passiert. Äh, ja, hier müssen wir irgendwie hochkommen. Warte, ich habe acht Dirt. Ich grabe mich einfach nur nach oben. Ich bin schon oben. Äh, fast. Ich habe das Loch zu klein gemacht. Äh. So, aber hier mal ein bisschen Holz hacken. Nein, da komme ich mir ja vor wie, äh, Justin Bieber. Was? You have found some wood. Ja, ich weiß, was ich wirklich gefunden habe. Uh, yeah, you don't know. Fällt dir weniger Holz raus jetzt? Ich habe sieben Stück gekriegt. Einmal 20 habe ich jetzt. Ich habe 24, okay. Fällt doch nicht so wenig raus. Ist das das Stein, oder? Cobblest du? Ah, okay. Oh, da ist noch mehr Baum. Da ist noch mehr Baum, Jo. Oh, Gegner. Mamm, Plan, äh. Hi, hi. Weg damit. Ja, ba, 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 ba. So, das Holz nehmen wir natürlich gleich mit, um uns irgendwann mal einen Unterschlupf zu basteln. Ah, Unterschlupf, äh, ich bastel für, äh. Oh, Gegner kommt. Uh, uh, uh. Alter, ist das Ding rabiat. Oh ja. So. Das Ding ist wirklich rabiat, aber es gibt auch entscheidend neue Gegner, wie man sieht. Ah ja. Oder es hat den Planeten geschuldet. Kann natürlich auch sein. Oh, es wurde ein Archieck Energy Store irgendwo gefunden. Auf diesem Planeten. Den sollen wir jetzt finden. Okay. Hast du die Information auch bekommen? Oder ich habe sie übersehen. Also er labert dich dann unten an der Ecke da voll. Ah, okay. Ja, das Problem ist, er knallt sich ein bisschen mit meinen mit meiner Angst, Herr Gewacht. Ich stelle die mal eben um. Ja, ich habe sie bei mir mittig vom Bildschirm. Ich habe die jetzt unten rechts. Also mittig links habe ich sie eigentlich. Was haben wir hier? Hier ist schon mal eine Tür. Nö, die nehme ich mal mit. Da ist ein Stuhl? Also. Man kennt das ja von Starbound, dass man Sachen auch gerne mal auseinander nimmt. Äh, nö. Wie kommt es denn auch so weit? Wir tun nur Dekorativ verschönern. Ja, ja. Das sind alles so Sachen. Ich weiß nicht, ob wir die... Also die kann man sich auch alle selber bauen, aber ich habe jetzt gedacht, wir nehmen uns die einfach mal mit. Ja. Was man hat, hat man. Das muss man nicht großartig herstellen. Genau. Verstehe ich. Wir müssen uns einfach mal unser Inventar zu. Ja, gut. Das ist bei Starbound ja nicht so das Problem mit dem Inventar. Bei Minecraft ist das wesentlich schlimmer. in dem Zuhl. Oh, ja. Das stimmt. Da bist du aber fünf Minuten unterwegs und hast am Inventar schon wieder voll. Ja, das stimmt allerdings. Da kann ich den Liechten von sehen. Oh, ja. So, Dekorative Pflanzen mal mitnehmen. Oh, da ist wieder ein Gegner, der uns geträgt hat. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Wow, 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 wow. Oh. Da unten sehe ich eine große... Äh, soll man runtergehen? Wollen wir mal runtergehen? Wollen wir mal runtergehen? Ja, komm, geh mal runter. Ja, dann lass das mal runter. Kommt man von hier besser runter vielleicht? Ah, ich gehe den direkt weg. Im Wasser läuft jetzt nicht runter. Ich leuchte den mal. Ja, das wäre sehr angenehm. Ich mache mal den Leuchtemeister. Ja. Ah, dann gehen wir hier rum. Damit wir da am besten... Hallo? Ja, da unten ist ein Fiber drin. Ja, wegen dem Fieber. Nightfiber, Nightfiber. So. Okay, ich guck mal, was da drin ist. Oh, wie schön. Alter, Geld ohne Ende. Äh, ja, nur 91 Stück. Äh, ja, komm, geh mal wieder hoch. Warte, ich hab was gefunden. Ach, du hast ja was gehört. Ah, okay. Nasse Erde. Ja. Gut, okay. Ja, aber noch keine richtigen Ressourcen gefunden irgendwie, ne? Ne, da kommt alles noch. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Was ist das? Bitte, vielen willkommen zu Paris. Vielleicht, du möchtest, du möchtest, du möchtest, du möchtest... Crafting-Schematik. Ja, ja. Im Inventar. Äh, den Rest kannst du einsammeln. Ich hab hier gerade... Hm? Long... Twosers... Neckware. Ich... Ich will nichts kaufen. Aber ich kann was verkaufen. Das kann ich verkaufen. Was bringt mir diese komische Neckware? Mal abgesehen davon, dass das Ding rar ist und zweieinhalb Tausend wert ist. Was? Bringt's einfach mal gar nichts. Das ist ne Lagoon... Twosers. Ne Leckwaren. Äh, trotzdem, trotzdem mal aufbewahren. Vielleicht brauchen wir's doch irgendwie später doch noch. Kann ich anscheinend doch. Wir sind ein halbes Tausend verkaufen. Ja, ich behalte's erstmal, klar. Aber, äh, es fühlt mich gerade. Viel wert und bringt einfach nichts. Ach, du Heilige. Was haben wir denn hier schon gefunden? Oh, ne geile Dungeon. Geile Dungeon. Äh, Pistenlooten. Ja, das auf jeden Fall. Oh, äh, ich glaub da vorne kommt gleich ein Gegner. Oh, ich hab ein Zweihandachs gefunden. Würdest du die haben? Warte, ich hab auch grad irgendwas gefunden. Ich muss mal gleich reingucken. So, was hab ich denn gefunden? Ich habe ein... 6, 13 Spin. 6, 13 Spin. One Handed. Damage per Swing. 2, 3. Rate of Fire. 3, 4. Warte, das will ich mir mal kurz angucken. Kann ich denn jetzt die Taschenlampe daneben setzen? Oh, ich hab ne Pickaxe gefunden. Oh ja, das gefällt mir doch. Ja, das Problem ist aber... Ah, ich hab einen Dagger gefunden. Das Problem ist aber, wenn du, äh, die Sachen, ähm, austausch, ne, werden alle beide direkt ausgetauscht. Ja, da ich jetzt immer so ne Einhand habe, kann ich jetzt die Taschenlampe mit dazu tragen. Ne, ich mein, wenn du ne Pickaxe oben reintun willst. Ne, ne Copper Pickaxe oder sowas. Ja, ne Copper Pickaxe ist ja Zweihand. Die kannst du natürlich nicht. Ja, hast du schon alles gelootet, ne? Ja, warte. Ich hab ein Dart-File gefunden. Da brauchen wir wahrscheinlich noch ne Waffe für. Ah, oh, 20 Fragmente brauchen wir definitiv. Das hat der Typ mir nämlich da unten gesagt. Achso, er ist gut. Weihand 7,7 Schaden. Was macht die? 14,1 nehmen wir die hier. Oh, ne, die Waffe ist einartig, die will ich nicht. Ähm, ja, ich hab hier noch einen 3,6er hab ich hier noch. Und ich hab noch einen 7,7er. Hä? Der wirklich pro Swing. Alter, jetzt muss ich mal selber eben hier gucken. Äh, okay. Was piept denn da bei mir? Ach, ich muss essen wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Die Essensanzeige ist die braune oben links. Die braune oben links, also die unten, die bei mir auch schon fast am Arsch ist. Ja, genau. Genau diese da. Äh, dann wollen wir doch mal was essen. Ah, okay. Okay, jetzt mal, ah, jetzt macht nämlich das ganze Essen und so weiter nämlich auch mal Sinn, was man sich da herstellen kann. Wo ist denn meine Nahrung? Da, die kann wieder da. Oh, die, die... Ach, scheiße. Jetzt hab ich noch mal was gegessen. So, warum ist denn mein... Oh, macht der mit meinem Schwert jetzt so komische Attacken hier? Ja, weil das kann. Ich glaube, ich nehme das Zweihandschwert, weil... So, wenn ich gedrückt halte, dann schlägt da ganz normal zu. Warte, jetzt will ich mal eben nochmal gucken, die andere Waffe, die ich hier habe, die... Also, die Zweihandachs, äh, nicht empfehlenswert, die ist so träge wie, äh, Nachbarslumpi. Ja, das glaube ich dir. Ah, guck mal, hier kommt Gegner. Ja. Hast du alles schon gelootet? Nee, nee, nee. Noch einer. Dann gehen wir mal hier hoch. Äh, wie, aua, ich geh sterben. Alter, was geht denn hier ab? Fledermäuse. Ach, Fledermäuse. Oh, hier oben ist Ende im Gelände. Ja, genau. Äh, tust du mal, äh, Taschenlampunk so? Oder geht das so? Ja, 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 auch, alter. Äh, tschüss. Uiih. Äh, gehst du unten weiter? Ja, du bist auch schon fast weit gefallen. So, Taschenlampunk, oh. Da können wir rüber. Oh, Vorsicht davon, das ist ein Gegner, hinter dir, hinter dir. Äh, ja, das sind die Steingegner. Äh, hier müssen wir uns durchkramen, wenn wir da hinten rein wollen. Ja, hinter dir sind zwei Steingegner. Ich leuchte dir mal. Und er muss warten, bis sie wieder aufstehen. Alter, komm her. Du Steinmomier. Du bist in mein Einhandschwert. Da. Da. So. Ach, hier ist Eisen. Hier ist Eisen, hier ist Eisen. Möchtest du, äh, äh... Ja, ich will. Ja. Bitte, ähm... Äh, äh, äh... Ich leuchte, bitte. Ja. Hier war Kohle. Oh, ja, Kohle ist, äh, äh, wichtig. Ja, ist leider ein kleiner Vorrat. Oh. Ey, der ist so groß, da können wir jetzt die nächsten zehn Jahre mithalzen. Ja. Ach, hier unten ist auch noch ein bisschen Kohle. Genau hinter dir. Bei der Art, nee, das ist Eisen, ne? Das ist Eisen. Ich leuchte mal. Ich nehme mal meine Einhandsch... Neue hier. Warum habe ich keine Lampe? Da fragst du mich zu viel. So, hier unten scheint nichts mehr zu sein. Äh, doch. Äh, rechte Seite, Kollege. Rechte Seite. So, ich hätte jetzt sonst gesagt, dass man hier, äh, da... Ah, von oben. Äh, von oben ran, ne? Ja, nee, entweder das oder das war zumindest mal die, ähm... Stadt da oben weiter aus. Äh, äh, dat da... Äh, wat denn daten? Daten da? Ach, da wickst du durch. Okay. Ja, ich... Irgendwo muss man sich jetzt mal durchgaben, ne? Ja. Wir beißen nix durch, Leute. Wir beißen nix durch. Da, 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 da. Gut, gut. Okay. Oh, nicht schlecht. Ja. Geh mal her damit. Los. Baumaterial. Muddi, muddi. Achtung, Fledermäuse von unten. Ich stech sie alle ab. Oh, die fehlen mal so von rechts. Macht zwar nicht viel Schaden, aber... ...kannst du meistens leuchten. Aua, alter, die Vieche habe ich auch schon bei der ersten Staffel gehast, ne? Oh ja, die waren echt mies. Der macht echt so gut wie keinen Schaden mehr. Ja. Müsst du die Kiste, dann nehme ich die da oben. Wir haben irgendwie alle nix die Kisten. Okay. Doch die haben wir es. Ah, Fragmente habe ich gefunden. Und noch mal. Ja, ich habe auch schon Chorfragmente gefunden. Wie viel habe ich denn da jetzt? Ich habe fünf. Die sieben habe ich mittlerweile. Okay. Gehen wir mal hier rechts? Oder waren wir hier schon? Ach, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Wir müssen unten weiter lang. Ja, warte. Ich gebe mich erstmal eine Runde hinlegen. Ich muss Energie laden. Ja, okay. Man soll ja sparsam mit den Bandagen und der Salbe umgehen, ne? Ist doch nicht so, dass wir uns nix herstellen können, ne? Nein, können wir nicht. Wir sind ja Hinterbälder. Ja, ha, ha, ha. Hilfe, du musst ganz schnell herkommen. Aua, aua, aua. Ja, ja, ja. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Aber ganz schnell, aber ganz schnell, aber ganz, ganz, ganz schnell. Ich bin hier sonst gleich am Eimer. Im Fritten. Okay, warte, warte, warte. Ich habe nämlich einen blöden Gegner gefunden, den ich hätte wahrscheinlich noch gar nicht triggern sollen. Oh, böse Falle. Aber ganz böse Falle. Ich muss mich erstmal heilen. Oi, 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 was habe ich da angerichtet? Ich glaube, das ist so ein kleiner Zwischenbosch. Äh, äh, äh. Boah, weg ist er. Pixel 10, 20 Chor-Fragmente. What the heck? Der hat nicht viel gebracht, dafür, dass er doch so ein bisschen, äh... OP war. Naja, was heißt OP? Aber überraschend. Überraschend. Ja, dann würde ich sagen, Leute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Zu einer Runde Starbound. Checkt doch gerne mal den Kanal von Drachenklaue ab. Oder auch die anderen Videos. Äh, äh, würde mich sehr freuen. Und danke natürlich, dass ihr wieder mit am Start bist. Wir hören uns in der nächsten Runde wieder. Zu, äh, Starbound Staffel 2. In der Version 1.2. Wir sagen, vielen Dank. Haus da raus. Bis dahin. Ciao. Tschüssi. Lauf nicht weiter. Lauf nicht weiter.